Meine Damen und Herren, inspired by Mahler's Aid von Jonas Imberi, Goma Records und Azar Kamal mit Bastian Jütte und Caroline von Malorty. Elektronik trifft auf Klassik. Zitate und Motive aus Mahler's 8. Sinfonie werden geschreddert und re-composed, einzelne Fragmente dekonstruiert und die Klangästhetik mit konventionellen Instrumenten, Soundeffekten, Elektronik und Soplanstimmen wieder neu kreiert. Zitate und Soplanstimmen 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 Z roast Zitate und Soplanstimmen Zitate und Soplanstimmen Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank.